Ladies and gentlemen, willkommen zurück zu The Bus im wunderschönen Berlin mit einem Solo-Bus diesmal, der ja gar nicht so bei der BVG operiert, habe ich gelernt. Ja, wir sind am Alexanderplatz und er druckelt sich dann ab, aber geht gleich. Wat ein schönes Wetter. Wat ein schönes Wetter, oder? Ja, manchmal muss man sich, ich glaube, also es ist immer so, ah, jetzt gleich geht's, warte, so. Sie sollten vielleicht, ist ein guter Tipp von mir, sich vielleicht eine Jacke anziehen. Was zur Hölle? Naja, gut. Aber die Tür zu hier. Guck mal, ich könnte jetzt voll der nette Busfahrer sein, ich könnte die alle einsteigen lassen und die müsste ich im Regen stehen, ne? Aber ich kann auch einfach warten. So. So. Start. Äh, 6, 5, 7, 2, 7. Okay, das ist schon mal an. Wunderbar. Äh, wir fahren nach Tegel. Genau, jetzt muss der Gang noch eingele... Der Motor muss gestartet werden. Klimalage. Gang rein. Bremse drücken. Stellbremse. Mach den Scheinwischer denn an? Äh. Nee. Das wollte ich nicht. Wie macht man den Scheinwisch an? Ah. Ah. Oh, das ist aber richtig am Schütten. So, dann machen wir die Tür auf. Guten Tag. Alle dreien. Da haben wir alles an. Alter, was an Wetter. Der hat mal Bock, Bus zu fahren. Hehe. So. Einer. Hört zu. Kann man eigentlich auch, warte mal. Kann man auch zum Beispiel... Geht das nicht? Kann man nicht das Rollo runter machen? Kann man hier den Spiegel ändern oder so? Nee. Okay. Ja, Leute. Es ist in Berlin leider ein ziemlich schlechtes Wetter. Deswegen hat sich Busfahrer Dennis gedacht, wir fahren heute mal vom Alexanderplatz zum Berlin-Tegel-Flughafen, den es ja so nicht mehr gibt. Und diese Linie, ja, das Ganze spielt ja 2018. Ne? Ähm. Laut den Entwicklern. Und es soll ja... Ist ja Early Access. In mehreren Phasen soll das Spiel weiterentwickelt worden... Äh, äh, soll in mehreren Phasen weiterentwickelt werden. Und, ähm, es ist so, dass, äh, wie in der letzten Folge, ja, haben wir den Gelenkbus gefahren. Also, wenn ihr Bock habt und euch das reinziehen wollt, gerne. Tut das. So, es geht los. Aber im Regen sieht das schon echt krass aus, finde ich. Also, Unreal Engine ist echt nice. Oder? Ich finde das im Regen schon krass. Ja, die KI-Autos sehen etwas dulli aus, aber sonst? So. Lässt er mich jetzt vorbei? Ich habe Angst, Leute. Ja, ich... Ich wusste, dass du so jemand bist. Wer? Ich wusste, dass die so sind. Ohne Witz. So, was ist das hier? Liebknechtsstraße. Warum macht der Bus keine Haltestellenansagen? Einsteigen, bitte. Hallo. Oh, was ein Mistwetter, ne? Kann man ruhig schon mal mit dem Top rumlaufen. Hey, ihr leckt doch gar nichts. Ihr leckt doch gar nichts. Leckt das Video bei euch oder ihr streamt? Nö. Spandauerstraße, Marienkirche. Okay. Wanda. Spandauerstraße, Marienkirche. Jetzt redet die auch mal mit uns. Okay. Mal rein, bitte. Okay. Oh, hier endet die Buschspur. Ja, also ob uns da jetzt jemand reinlässt, da glaubst du wohl selber nicht. Ich habe den Blinkkarten und keiner lässt uns rein. Ah, Taxi lässt uns rein. Okay. Typisch BMW-Fahrer vor uns. Der lässt uns nicht rein, ey. Diese BMW-Fahrer immer chat. Ich sag halt euch. Ah, hier ist wieder eine Buschspur. Okay. Staatsoper. Aber manchmal ruckelt es noch, das stimmt. Oh. Boah, das war knapp. Du meine Güte. Aber es hat noch ein paar Ruckler, seht ihr, im Regen. Also, wenn du es nicht im Regen spielst, geht es, aber im Regen ist schon... Ich bin mal gespannt, wie das Game nachts aussieht mit Regen. Das muss bestimmt auch insane aussehen. Das müssen wir auch nochmal ausprobieren. Eine Nachtfahrt. Aber die Regeneffekte sind schon geil. Ich glaube echt, wenn sie es gut machen, könnte das... ...um sie in den Schatten stellen. Da vorne ist die alte Stelle, ne? So. Pika hat sich soeben... ...einen wunderschönen Monatsticket geholt. Danke für 34 Monate. Genau, das ist Lucky... ...Lucky Six hier. Aber die Regeneffekte sehen schon nice aus. Kann man nie anders sagen. Guck mal, wie das da runter tropft. Das ist schon geil. Ich glaube, es wollte keiner aussteigen, ne? Hier an der Staatsoper. Was machen die denn? Äh? Okay. Ariane, hallo! Äh! Guck mal, der ist auch schon mit seinem Leben abgeschlossen. So. Das ist ein Euro wieder. Klar, bitteschön. Was würdest du haben? Einzelfahrschein. Bitte. Können wir jetzt weiter, oder was? So. Ich glaube, das Game wird in so 2-3 Monaten... ...wird es richtig nice. Jetzt ist ja nur die Early Access Version. Aber wenn wirklich so KI-Bus mitfahren... ...und du so einen Wirtschaftsmodus hast... ...und einen Hurenbock, der dir die... ...vorverklauen will... ...ähm... ...und vielleicht noch ein bisschen was an der Optimierung gemacht wird. Ich habe eine 3090 im PC... ...und einen Ei... ...nein Prozessor. Also, neun Eier habe ich. Und ihr seht... ...ääh... ...er druckelt. Druckelt teilweise. Aber das ist nur im Regen so. Sag mal, ist hier eine Busch-Spur? Ja. Wenn hierfür Mod-Tools kommen, ne... ...und die Leute geile Strecken nachbauen... ...boah, wie nice das wird. Freue mich drauf. Freue mich echt auf die Zukunft von diesem Spiel. Bus-Nimulator 2021... ...bin hier auch sehr gespannt drauf, ja. Da gibt es auf meinem YouTube-Kanal auch schon ein Video zu. Ich durfte das schon spielen. Müsste mal gucken. Auf heideltraut.de Brandenburger Tor. Ach, Mist. Wo war denn der Dunkin' Donuts? Ist der... Jetzt sind wir schon an Dunkin' Donuts da vorbei? Aufgeachtet. Scheiße. Warte mal. Müssen wir jetzt abbiegen hier? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ne, noch nicht. S- und U-Bahnhof, Brandenburger Tor. Ja, wo denn? Da vorne. JB Gamer, du hast dir ein Monats-Ticket gegönnt hier. Bei The Bus. Auf der Linie des TXL. Einsteigen möchte hier keiner, oder? Ne, nur aussteigen, ne? Oder, warte, was macht der denn da? Möchte der einsteigen? Ja, dann möchte der. Kommen sie rein. War nur der, ne? Machen die da? Okay. Okay. Marschall-Brücke. Ich saß gerade im Auto und dachte wegen dem Ton, dass es echt regnet. Hahaha. Uff, jetzt habe ich Bock auf Berlin. Nein, der kommt noch. Was denn? Also der Editor, oder was? Oder was meinst du? Der Danken Donuts, der kommt noch. Achso. Also ich würde mir wünschen, dass das... Also der soll ja Multiplayer haben. Das wird so nice. Da sehe ich die Pano mich schon unterwegs. Aber Bus-Simulator ist auch geil. Da freue ich mich auch sehr drauf. Das werden wir auf jeden Fall auch spielen. Und man hat ja beim Fernbus-Simulator gesehen... Ich muss mal ganz kurz gucken. Muss ich hier abbiegen? Man hat ja beim Fernbus-Simulator... Irgendwie wird die Haltestelle nicht angezeigt. Äh, beim Fernbus-Simulator gesehen, wie viel Arbeit die Entwickler da reingesteckt haben. Und der hat ja auch echt viel Content inzwischen. Ich denke, wenn man das Ziel richtig macht, kann das auch hier der Fall sein. Fuck my life, Alter. Das ist eng hier. So. So. Was macht The Bus anders, besser, schlechter als der Bus-Simulator 2021 und andersrum, deiner Meinung nach? Also was hält dir auf, was dir so Spaß macht? Ich finde es geil, dass Berlin so krass nachgebaut wurde. Das gefällt mir bei The Bus unfassbar gut. Also, es ist so krass, wie die das nach... Es sollen ja noch mehrere Strecken kommen. Linie 100 und so, ne? Oder? Und die Grafik ist im Gegensatz zum Omsi zum Beispiel echt deutlich besser. Auch wenn sie nicht perfekt ist, aber sie ist auf jeden Fall deutlich besser. Hallo, Sabi. Da vorne ist gerade ein LKW vom Himmel gefallen, habt ihr gesehen? Und die KI könnte ein bisschen schlauer sein. Aber ich würde mir die typischen Doppeldecker-Busse in Berlin wünschen. Ich sag nicht mal Hallo, weißt du? Einfach das Geld da hinschmeißen, ganz ehrlich. So, hier. Nimm doch dein Geld, du Blöde, ey. So. Die hat Nasenlöcher wie der BMW M4, ey. So. Charité Campus Mitte. Hallo, Feideltraut. Wie geht's dir? So. Also ich find's im Regen sieht's halt schon echt insane aus. Guck mal, wie da Antitropfen auch an dem Bus und so. Das ist schon... Das ist schon geil gemacht. Das ist schon geil gemacht. Als ich klein war, wollte ich ja Bushaarer werden, ne? Hab ich ja schon mal erzählt. Weiß ich auch nicht, warum. Weil ich hab mich voll für die Technik dahinter begeistert. Und ich find's krass, was es für gute Simulationen inzwischen gibt, ne? Also mit welcher Optik. Wenn wir mal den Flugsimulatorlein angucken, wie gut der eigentlich ist. Wie krass der aussieht. Wer ein Berliner Busfahrer, bist du noch zu freundlich? Mal die Tür zu! Lichtschranke! So. Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Robert Kochplatz. Robert Kochplatz. Robert Kochplatz. Wie gesagt, im letzten Video seht ihr, wie wir mit dem Gelenkbus gefahren sind. Du bist so ein... Du bist so ein typischer Taxifahrerin! Wie kommt man denn in Berlin denn jetzt am besten nach Schönefeld zum Flughafen oder zum BER mit dem Zug, ne? Ich würd gerne im echten Leben an nem Bus fahren, ich sag's euch. Einfach mal gerne wissen, wie sich das anfühlt. Der S-Bahn. Okay. Jetzt war Übelstau. Aber guck mal, wie die Pfützen, ne? Wie der Wind sich auch drin bewegt. Seht ihr das? Guck mal. Ist schon geil. Was ist denn hier los, Alter? Junge, ist der übelstes Chaos. Ich hab gesagt, wenn ich mal 6000 Subs habe, mach ich hier von 12 Stunden Stream. Hahaha. Das war eine Stunde lang im Kreis fahren, Junge. Ich dreh durch. Eine richtige Schicht als Busfahrer. Einen Tag lang. Ja, darf ich jetzt auch mal? Äh, Double Feature. Äh, Dankeschön. Oder Double Futuro. Dankeschön. Keiner lässt mich durch. Ne, die hassen mich alle, Leute. Wie im Real Life. Die hassen mich doch auch alle. Deswegen wollt ihr mich morgen Ring Fit spielen lassen. Hahaha. 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 Rauki, danke für 16 Monate. Wenn ihr die 6000 Subs voll macht, Leute. Ich hasse euch bis auf Ewigkeiten. Hört auf. Ich finde, du bist ein ehrlicher Typ. Danke, lieber Lukas. Hab gehört. Ring Fit soll gesund sein. Saat doch ruhig. Invaliden Park. Invalide. Da kann die Jasmin. Die Jasmin wohnt hier. Die hat einen ganzen Park bekommen, Leute. Hahaha. Hahaha. Nein, Spaß, Leute. Ja. Anleit einsteigen, bitte. Guten Tag. Der Junge, der sieht einfach geil aus, ey. Ey, sag mal, es ist 16.17 Uhr im Spiel, ne? Und wir sollten um 16.03 Uhr, oder, warte mal, hä? Kann doch nicht sein, die Zeit. Haben wir schon wieder? Hä? Nein, warte mal, wir haben 16.03 Uhr und ich soll um 16.19 Uhr reinkommen. Alter, einfach 20 Minuten fast zu früh, der Bus. Ja, nice. Können wir am Hauptbahnhof erstmal Pause machen. Du bist so früh. Ey, wir müssten einmal eine Woche so einen Tag festlegen, wo nur Simulationen gespielt werden. Immer so neue Updates von so Simulationen und so. Das wär geil. Simulationsfreitag oder so. Hauptbahnhof. In die Haltestelle. Ah, hier. Oh! Ist da ein LKW in mir reingefahren? So, hier können wir kurz warten. So. Raus mit euch. Warum fahren die jetzt nicht weiter? Also, im Ernst. Hä? Warum? Warte mal, warte mal. Ich fahr mal ein Stück vor. Kommen die vorbei? Hä? Komm. Jetzt aber, oder? Ja. Kommt der nicht vorbei. Ich wollte eigentlich am Hauptbahnhof eine kurze Pause machen. Damit ihr euch alle schön Snack holen gehen könnt. Da ist der Bind in der Hauptbahnhof, Leute. Ja. Ich drück mal auf Feedback. Sorry. 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 Ich dachte, da hätte ich zum Beispiel eine Idee. Zum Beispiel mit dem Train-Simulator nach Berlin fahren. Dort dann so spielen, dass man mit dem Bus zum TXL fährt und von da aus mit dem Flug-Simulator irgendwo hinfliegt. Alter. BsR drängelt wieder. Was ist BsR? Alter, wir sind einfach 20 Minuten fast zu früh. Stadtreinigung. Das soll hier als Multiplayer-Ball kommen, ja. Wäre voll geil, ey, wenn man so eine Lobby machen könnte und ihr könntet alle nachjoinen und dann fahren wir den ganzen Tag Bus, Alter. Ihr steigt alle immer in den Bus ein und wir fahren die ganze Zeit rum. Wie nice das wäre. Will ich voll feiern. Das ist aber echt eng hier, ne? Muss ja nicht schlecht sein. Ah, schon, da kam wieder ein Assi-Spruch. Dann vorbei. The Bus RP-Server, genau. Alter, ich dachte, der fährt in den LKW rein. Nächste Halte. Turm. Straße. Ja, Aldi, Junge. Guck mal. Schön mal zum Aldi hin. Ja, aber ich gebe lieber den nächsten Bus. Oh, ich dachte, ich fahre jetzt da rein. Dann hab ich's. Ah, fuck. Wir müssen auch abbiegen. Oh, das war dumm. Aber das geht, oder? Das können wir doch machen. Nur was ein Wetter, ey. Was ne Wetter in Berlin. Mal kommen wir jetzt hier rüber, oder? Wollt ihr alle hier abbiegen? Warte mal. Geklappt. Was, ne Abbiegerspur hier rechts? So. Oh, geiler Wagen, ey. Hier. Knast. JVA. Siehst du, wenn wir RP machen und ihr kein Ticket zahlt, dann kann ich euch direkt hier hinbringen. So. Was mir nur so ein bisschen fehlt, wisst ihr, was geil wäre, wenn es Geräusche im Fahrgastraum gibt. Umso mehr Fahrgäste, dass dann ein Geräuschkulis entsteht. Dauert aber noch zwei Monate bis zur Verurteilung. Naja, was bremst denn der so ab? Ich dachte, das wäre die Station. Oh, die haben aber auch scheiße geparkt teilweise hier. Junge, Junge, Junge. Ich glaube, wenn du Nachtmodus hast, möchtest du das nicht hören. Was denn? Ach so. Rotation Bug. Toritos, Junge. So. Geh lang. Und dann muss ich... Oh, ich muss hier rüber, oder was? Ich kann nichts sehen, weil der Flugspiegel ist wegen Regen und so. Wird Trams denn irgendwann noch kommen? Ja, auf jeden Fall. Da gibt es ja eine neue Straßenbahn, eine kostenlose, ne? Und da soll doch jetzt bald auch ein DLC kommen, oder? Das kommt alles, Leute. Alles kommt. Weiß alle, wann das DLC kommt für den Straßenbahn-Simulator? Ich finde Straßenbahn-Simulator optisch auch echt krass. Der spielt in Wien. Die deutsche Pony hat sich ein Monats-Ticket hier für die BVG gegönnt. Ehre. Ah, hier, guck mal. Und es hat jetzt eine reine Busch-Spur hier, ja, ne? Das heißt, wir können mal kurz hier stehen bleiben. Und der rennt sich erst mal den Arm ein. Oh, alle dreien. So, machen wir mal kurz mal hier zwei Minuten stehen, damit ein bisschen wenigstens die Zeit sich anpasst. Best Price, Leute. 10 Euro. Schau mal hier. Out of stock. Big Summer Sale. Mhm. Alter, das sieht ein bisschen aus wie der neue M3 hier. Die Dingen hier. Steht auch immer hier dran, wo man gerade ist, ne? Ist das denn für ein Laden hier? Ist das ein Einkaufscenter, oder was? Apotheke. Sat Milano. Okay. Voll der Bus, ne? Hallo. Was sind sie denn mit meinem Handy machen? Sag mal. Was machst du denn da? Wie kannst du denn da was tippeln, wenn du mich anguckst? Mein Handy erst mal wegpacken. Genau. Ach, habt ihr euch gegenseitig geschrieben? Habt ihr euch kleine, dreckige Nachrichten geschickt? Ihr kleines Schweinchen, ihr? Na, ihr zwei? Na, wo geht's denn hin? In die JVA, oder was? Hm? So. Ja, was liegt denn da? Achso. So, warte mal. Wir haben... ...16.14. ...und um 16.23 sollten wir eigentlich losfahren. Ja, warten wir noch ein bisschen. Die Tür hier zu. Regnet ja hier rein. In Berlin den Bus offen stehen lassen. Schwups, geklaut. Als ob, ey. Den Blinker können wir so lange ausmachen. Boah, diese Regengeräusche sind so entspannt, ne? Oh. Hm. Ja, fahren wir mal weiter. So, Scheinwischer wäre gut. Ist aber sehr irritierend, dass es, dass, dass der Bus an zweimal an der Turmstraße hält, ne? Turmstraße, was? Beusel? Beuselstraße? Aber dann gibt's nochmal die Turmstraße extra. Finde ich irgendwie ein bisschen irritierend. Der Dupf vom warmen Sommerregen und dann dieses Geräusch. Mega. Absolut. Vor allem abends, Alter. Wenn du... Wenn du schlafen willst und es fängt langsam an zu regnen, ne? Junge, das ist mega geil. Er lässt er mich durch... Okay, nice. Nett. Es gibt ja auch noch nette Leute hier in Berlin. So. Turmstraße, Beuselstraße. In die Station. Ach, da vorne. Kommen wir daran vorbei? Einfach vorgedrängelt. Er will, mach gleich Auge, Leute, ne? Jetzt hast du eigentlich ein Lenkrad. Yo, yo. Aber hab ich jetzt nicht angeschlossen. Ja, mach mal ein bisschen. Fahr mal ein bisschen. Komm. Bin schon zu früh. So. So. Guten Tag. Hallo. So. Was ist denn beim Erik? Besondere Events. Was für besondere Events. Ist heute irgendwas? Heute ist ein Xbox-Event. Ah, krass. Und wurde was Cooles angekündigt bisher? Wusste ich nicht. Hätte ich auch gerne geguckt. Schade. Oh, jetzt wird's eng. Ui, 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 ui. Ah, ich hab auf Chat geguckt. Ja, GTA 6 kommt nächste Woche und da habe ich hingeguckt. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen, Chad. Die Sommer, das ist ein neues Forza ankündige, Mann. Das wäre geil. Oder was dazu zeigen. Hat jemand einen Unfall gesehen? Ich nicht, ey. So. Bremsweg des Todes. Bist echt ein guter Busfahrer. Ja, ja. Hat einen Unfall gebaut. Soeben bei jedem zweiten Genick gebrochen wegen dem Ausschlag. Aber ich bin ein guter Busfahrer. Ich weiß. Aber gibt es ein Schadensmodell? Nee, ne? Na, lustig. Nee. Das ist alles Roger. Wenn man jetzt den Regen ausmacht, sind die Pfützen dann eigentlich weg? Guck mal, es interessiert mich mal. Warte mal, Wetter? Machen wir mal jetzt sonnig. Yo. Aber das ist ein bisschen blöd. Ja, das finde ich ein bisschen... Das finde ich echt... Na, schade. Ist der Niederschlagssturm Nebel? Oh, Alter. Ja, beruhig dich. Wie so eine schöne, gepflegte Raucherwohnung, ne? Machst du Fenster auf. Ich drück mal auf Feedback senden. Hör doch auf. Warte, aber wir machen wieder Regen an. Wir wollten eben Regen fahren. Machen wir Sturm jetzt. Boah. Jetzt geht's rund, Leute. Aber es gewittert gar nicht, oder? Was ist der Unterschied zwischen Niederschlag und Regen? Wir dürfen wahrscheinlich keine Schadensmodelle haben wegen der Scania-Lizenz. Die mögen das ja nicht so an den Fahrzeugen mit Schäden, ja. Ach, hier ist... Hier fährt die S-Bahn, ne? Die Ringlinie, ne? Oh, Döner, Junge! Oh mein Gott! Döner, kebab! Als Busfahrer würde ich immer hier aussteigen. Und dann den Bus, den Döner essen. Genau, das Bus fahren und mit einer Hand Döner essen. Wir stehen für Sicherheit. Und dann während der Busfahrer einen Döner frisst. Schön Heizung anmachen, Leute. Schön Heizung anmachen. Mhh. Ein Traum. Ein Traum. So. Buchholzweg, okay. Da ziehen wir mal durch hier ein bisschen. Ein Kilometer, okay. Kann mit Tastatur, Leute, ne? Oh, ich muss hier rüber, weil... Da war eine Abbiegerspur. Der Motorsound ist sehr leise, ne? Da sagst du, warte mal, wir können mal ganz gut gucken. Audio. Wir können mal gucken. Musik habe ich ausgemacht. Effekte, Umgebung. Mach mal ein bisschen leiser mal. Aber ich weiß, was du meinst. Wir machen das mal ein bisschen leiser. Jetzt mal gucken. Ist immer noch so laut, ne? Gegenstehen immer Bullen. Echt? Aber Polizei meinst du, die Bullen. So, halt, kommt mir nicht in den Chat. Warum stehen die denn immer da? Wegen Blitzer oder was? Oder was machen die da? Immer bei Effekte auf die drei Striche. Was? Ach! What? Okay, das ist krass. Linker. Kann man lauter machen. Warnsignale. ABS. KI-Verkehr. Bisschen leiser machen. Aber wo kann ich denn Fahrgeräusche... Aber wo kann ich denn... Dialoge, Effekte, Umgebung. Umgebung, aber ändert sich gar nicht, finde ich. Ankündigung, KI-Verkehr. Habe ich mal ein bisschen leiser gemacht. ABS. Klimanlage. Äh, ja. Nö. Hören wir jetzt mal. Was soll denn, trinkst du da? Äh, Fritz-Cola. Aber es ist immer noch so laut. Und man hört den Motor echt kaum. Mhm. Fritz-Cola ist echt Ehre, Leute. Ja, also mit Maus oder Controller zu fahren. Oder eben am besten Fall mit Lenkrad. Ist natürlich noch viel geiler. Muss ich mal machen. Das müssen wir echt mal machen. Sagt sie. Ich bin erst mal mit 70 hier durch. Hahaha. So, nie anders, Leute. Ah, hier ist die alte Stelle. Beinahe zu weit gefahren, Mann. Alles einsteigen, bitte. Einmal rein, bitte. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Kikse, wa? Stulle. Oh. Muss ja jetzt der Flughafen kommen, ne? Ja, Flughafen Tegel. Erst mal schön hier parken. Nice, Mann. Schön alles hier zuparken. Junge, da sehe ich uns. Nächster Halte, Tegel. So. Simon hat sich ein Monats-Sicket geholt. Danke für fünf Monate. Hahaha. Nice. Ey, ihr könntet eigentlich immer, wenn ihr pro Station zappt, da lasst, könnt ihr immer die Ansagen, Mann. Bait des Todes. Nein, braucht ihr nicht, Leute. So. Ich dachte, der bremst da jetzt hart ab, aber hat er nicht gemacht. Flughafen Tegel. Kevin, was geht? Hallöchen. Willkommen im Stream. Wie geht es dir? Weiß eigentlich jemand, wann der Cyberpunk-Patch mal kommen soll? Alter, Ewigkeiten, ne? Spielen das überhaupt noch, Leute? Boah, ich hatte so Hoffnung in diesem Game, ne? Richtig sad, was daraus geworden ist. Das sah alles so nice aus. Und dann, na. Weiß einer, ob The Bus auch einen dynamischen Tag- und Nachtwechsel hat? Weiß das einer? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel bis 23 Uhr fahre, dass es dann automatisch dunkel wird und so? Und morgen, morgen wird sich ein Auto angeguckt. Ich habe in den Führerschein bestanden. Oh, nice. Hier ist aber jetzt ein bisschen blöd. War ich denn jetzt am besten da hoch? War geradeaus, okay. Aber ich finde geil, was die hier echt geil geschaffen haben. Man hat wirklich das Gefühl, man fährt durch eine Großstadt, ne? Also, hier ist echt viel los die ganze Zeit und so. Schon cool gemacht. Oh, das ist Taxi-Spur. Jetzt hier hoch, ne? Einfach hier bleiben. Ja. Oder was, hä? Wir wünschen einen guten Flug. Ja, das ist schön. Dann muss ich hier oben lang. Doch, oder? Findest du so fast bis jetzt? Cool. Also, für zwischendurch ist das echt nice. Da muss aber noch sehr viel Content kommen. Mehr Buslinien und so. Dann hat man da, glaube ich, auch viel Spaß. Aber aktuell ist halt nur diese eine Linie. Und ich glaube, dass, wenn da noch mehr kommt, dann häufig Potenzial auf jeden Fall. Oh, hier ist Soundbuck. Oh, hier ist die Station, ne? Ja. Da sind wir. Alle draus. Tegel. So, raus hier. Raus aus meinem Bus. Ich dachte, die alle gleichzeitigste, die zwei Türen nutzen. Nee, jeder geht einzeln. So muss das sein. Oh, einer nach dem anderen. Raus. Genau. Raus aus dem Bus. Okay, warte mal. Was mich jetzt interessiert, ähm, aber das können wir uns mal später angucken, ob, wie das Game nach... Hauptbahnhof, warum fährt der jetzt zum Hauptbahnhof, der Bus? Hä? Ariane fährt auch mit. Jetzt bin ich aber gespannt. Warte mal, ich würde mal gerne was gucken. Kann man die Uhrzeit... Die Uhrzeit kann man nicht verändern... Doch, hier. Warte mal, kann man die Uhrzeit verändern? Äh, was passiert jetzt? Wartezeit mit Zeitraffer. Ach so. Nee, ich will gar keinen, äh... Verger? Ich will gar nicht verg schwierig, bitte. Einer, ich will gar nicht mehrРЕ bail auf. ENTERLEDGE